Gib mir sofort deine Kohle oder du wirst es noch bereuen. Ha ha ha, ich hab von dir keine Angst, also. Ja, dann wirst du noch Angst haben, wenn du einen besonderen Menschen verlierst, oder? Würde ich nicht, weil du ein gemeiner Mensch bist. Ja, dann bin ich halt ein gemeiner Mensch. Du provozierst jeder Mensch, du bist ein bescheuertes Mensch. Ja, und wer ist hier bescheuert? Wer ist hier bescheuert? Na du bist er! Das werden wir noch schon sehen, wer hier bescheuert ist. Ha ha ha, ich hab von dir nicht Angst. Gute Morgen, Herr Lehrer. Die Michele hat mich beleidigt und mich als nie vergenannt. Oh Mann, Herr Oskar, aber Sie machen gar nichts. Die Michele schlagt mich. Das stimmt gar nicht. Sie sagt, das stimmt. Nein, eben nicht. Doch, eben doch. Noch ein Wort und dann gebe ich dir eine. Kannst du nicht, weil ich mein Lehrerzimmer bin. Ich bin in dich verliebt. Ihhh, du bist so eklig. Muah 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 muah. Verschwinde von mir. Du bist so echt, echt ekelhaft. Hm, Pech. Bye, bye. Das hat aber lange gedauert, bis er mich endlich in Ruhe gelassen hat. Tsch. Tsch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tsch. 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 Tsch.